Mein Name ist Donja Harenberg und ich bin seit sieben Jahren hier im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck beschäftigt und eine meiner Lieblingstätigkeiten hier im Museum ist das Spinnen. Das Spinnen ist ganz simpel gesehen der Prozess, wie ich von der Wolle einen Faden herstelle und das entsteht einfach durch das Drehen. Ich ziehe mir ein paar Fasern aus der Wolle heraus und dann drehe ich das Ganze und das nennt sich Spinnen. Ja, was ich hier gerade verspinne, das ist Schafswolle und die Schafswolle, die ist gewaschen und gekämmt. Das heißt in unserem Jargon, die Wolle ist kardiert und das wird mit Karden gemacht. Das sind sogenannte Handkarden und da fragt man sich sicherlich, wieso heißen die Karden? und der Name kommt von der sogenannten Weberkarde. Das ist eine Distelart und mit der hat man früher die Wolle gekämmt. Da wird die Wolle quasi in eine Richtung gelegt, dass die Faser in eine Richtung verläuft und dann fällt das Spinnen wesentlich einfacher, wie ich es jetzt hier auch mache. Was ich hier zeige, das ist Flax und er wächst genau so auf dem Feld. Diese Pflanze nennt sich auch Linum Utilisissimum, das heißt die nützlichste aller Pflanzen, denn man hat von dieser Pflanze alles verwendet. Man wird es kaum glauben. In diesen Köpfchen, die am Ende sich befinden von diesem Flaxstängel, befindet sich der Leinsamen. Das hat ja jeder von uns zu Hause. Und aus dem Leinsamen kann man dann auch wieder das Leinöl herstellen. Und was für uns aber sehr wichtig ist, dass aus diesen Stängeln in unzähligen, ganz vielen Arbeitsschritten entsteht eine Faser. Und das ist die pflanzliche Faser und mit dieser Faser kann ich dann genauso wie mit der Wolle einfach einen Faden spinnen. Diese Faser wird hier auf diesen Spinnrocken gelegt und dann zieht man sich diese Fasern hier heraus und erhält dann einen Faden. Wenn man diesen endlosen Faden auf diese Haspel aufgewickelt hat, man sieht jetzt, das bewegt sich, das hat das Maß von einer Elle. Und dann wusste man so viel Faden ist jetzt darauf gewickelt worden. Die ganze Herstellung von diesem Stängel bis zu dieser Faser, die ich dann verspinnen kann, das war mühsam. Und es ging im Grunde ums Überleben, nicht ums Leben. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020